So, die Neues in den Schuss sind nix. Es tut mir leid. Oh, Laptop. Well, Funnel wasn't made from armory and DNA. There's an email from Wade about the subject being in an induced coma. The CDC security guard killed Bishop, because somebody didn't want to get it out. They aren't just worried about somantically questionable biologian-engineering experiments. I think they're covering up some pretty nasty shit. Okay, der Fahrstuhl funktioniert jetzt. Ground 4? Okay. Oder ich hab auch keine Ahnung, was G4 heißt. I'm sorry for the trouble, but I just made it to my car. Miss Wade, so just wait a minute. I can't, I have to go. Miss Wade! Look, get to the roof of the parking garage for pickup. You can still get there before her. Okay. Ich bin jetzt also in der Garage. Und ich suche sie. Weil sie hier im Auto ist. Die dumme Nuss. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt jht. NEED BACKUP! Du bist der letzte der hier noch lebt, du...Vogel. Na jetzt was steht denn da für ein dicker Transporter? Ich weiß nicht wie sie gerade explodiert. Ist er tot? Nein. Will er vor mir weghumpeln ey. Nix gibt's. Ich muss niesen. Ich kann nicht niesen. Ist das Gefühl eklig, wenn man niesen muss, wenn man nicht kann. Ja. Ja. Oh nein. Oh nein. Ernsthaft? Alter. Ich hoffe es wohl nicht so effektiv gegen ihn. Wie erhofft. 19 Schüsse. Hab doch den Arsch offen. Wann hab ich? Äh, vor 18 Minuten. Ohhhh. Hab ich grad nur angefangen. Wo ist sie denn? Ja, bestimmt wird das auch wieder abgeknallt. Situation. Eliswade is believed to be en route to Auburn district in search of her father. Fearpoint man and technical officer accompanied by SFOD minus D operative holiday are proceeding to Auburn by helicopter. Annual 3 satellite record shows substantial replica forces in vicinity of Armagem facility. Paxton Fettles transmitter signal has also been detected in this area. Mission. Fearpoint man will first add him to secure Eliswade. Once she is in protective custody team will enter classified Armagem facility locate Harlan Wade. Ich hoffe mit Munition. Wir haben das echt mit den Komponenten gemacht. Doktorne Das ist schon echt süß, oder? Sieht nicht schlecht aus Oh man Ist schon scheiße, das nächste sohn Scheiße, keine Munition zu haben, by the way Mit für'n fuckhouse bin ich denn jetzt hier gelandet, ey Der Wettbewerb in der Gäste, die in Auburn von der secret Armacamp-Fasilie Das muss ich sein, wenn sie jemanden zum Wettbewerb Die sind vor dem Wettbewerb Der Wettbewerb wird zurück Mit der Pistole Holzbretter kaputt machen. Saving Checkpoint. Also wird hier gleich rumgeballert. Was? Wir haben die mich jetzt schon wieder bemerkt. Habe ich selbst den nicht? Natürlich habe ich den nicht. Ich wollte gerade sagen, dass ich selbst den großen schon ausgeschaltet habe. Sag mal, stehst du bequem? Ja? 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 Ist okay. Ja, okay. Boah, ich dachte, ey, warum steht denn der da auch so? Ich sehe gerade gar nichts wegen dem ganzen Staub. Was? Was? Jetzt habe ich jetzt hier mir die Quecks. Habe ich nicht von hier gekommen? Habe ich gerade mal eine Meinung? Aber okay. Sag mir nicht, dass hier jetzt gleich ein Digger mitkommt. Oh Mann, ey. Sucker. Ich finde, das beschreibt Graffiti richtig gut eigentlich. Das ist so. Oh nee. Alles, nur das nicht. Ich kann nirgendswohin. Ich kann nirgendswohin. Ich habe ja vorher schon gesagt, bitte kein Roboter, ne? Weil es eben vibriert hat, war einfach klar. Kommt wieder so ein fetter Mech. Oh. Oh. Kann ich da rüberspringen? Nice. Nice. ISP-River? Geil So visiert dran und schießt wie so ein Wüspiker Mungo ey Ernsthaft Sie ist ja ungenauer als die SMG da Schluss jetzt Nein Ich hab grad Z gedrückt Jetzt wird es langsam schwer Weil echt keine Munition Los sieh Oh shit! He's shouting out on you! He went...